Hallo Leute, es ist hier gerade noch fertig geworden, beim Trammentour, also am Sein, meine Fresse. Wenn ich es immer sehe, sind wir wieder raus hier. Okay, ich werde kurz sprechen. Da habe ich gedacht, gehen wir zu. In die Sägerei. Ja, gehen wir in die Sägerei, verdammt. Verlug uns heute ja nicht. Da haben wir die Sägerei und die Sägerei. Die Sägerei, verdammt. Ja, gut. Gehen wir kurz der Aktor mit das Zeug spritzen. Ja, kurze. Ja, Haki. Ja, Haki, fix nochmal. Gehen wir kurz das Zeug mal abspitzen hier. Das kannst du ja nicht immer rein gehen. Ne. Ich habe noch was beim Händler gekauft. Sollte es schon so ein bisschen sauber zum Händler gehen. Ne. Sonst äh, ja. Sonst äh, ja. So, wir wollen die Sägerei. Ora machen wir kurz hier die Sämaschine hin. und gehen hier noch kurz in die Frontleitung, da kommt das Gericht kurz weg, ach ja, fix nochmal, komm ich seh die wieder auf da, ey, so, so Kleder, Verräter, hab ich euch schon gesehen, ach du dicke Hose, ja, ein bisschen Gas geben hier, ne, da kommen schon noch mehr Werkzeuge rein, das ist ja toll, so, blöde Glende, ach, okay, fix nochmal, was ist eigentlich Kolik, ja, leider Kolik, hier noch ein bisschen Gas hier, ich will ja noch was abholen hier, Topier, Ron, hier, jetzt weiß ich nicht, hier, 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 wie sie sich gewollt. Genau die Richtung. Was ist die richtige Richtung? Ja, das ist genauso. Gut. Genau. Jetzt gehen wir noch kurz vorbei. Hier. Kurz beim Händler. Ja, da stellt sie genau meine. Hey, komm da. Was brauche ich jetzt? Geht ihr vorhin? Ich weiß, wer steht da? Ja, ich sagen kann. Einen Wege. Ja, einen Weg. Über Brücken musst du, über sieben Brücken musst du gehen. Ach, die Karre. Ne? Ja. Ich werde jetzt hier halbem Denken noch nicht hinfahren. Ach so. Die, die, die in diesem Map spielen hier, wissen sie vielleicht. Äh. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Vielleicht, wir gehen zu der Sägerei. Wir brauchen ein bisschen mal Cash. Kohle, Kies, Asche, Schotter, Zaster. Gehen wir mal noch kurz die Taubblumpe an. Lass er mache. Wir brauchen ein paar. So. Er ist wegen. Gibt es egen holen. Aha. Daumen fliegt wohl. Da haben wir ihn hier so eh. So. Dann an den Speck. Ehh. Ja. Daumen fliegt wohl. Ich habe mir gesagt, an diesen Bäumen haben sie regelrecht versprochen. Fällst du jetzt um? Bauerfeld! Danke! Dann tut man es nachher der drei Porsche. Okay, die Seegewege tun. Einsteigen. So, jetzt fix nochmal. Und dann kann ich das Zeug hier mal wegfahren. Nee, das wurde hier eigentlich nicht. So meine Leute von heute. Jetzt machen wir mal ein bisschen Cash hier, ne? Komm jetzt da. Ah, du Hund. Du Hund da bleib. Ey. Da will ich mich hier noch verkohlen. Na gut. Anders drum. Ey. Ey. Ich hole dich durch. Ich sage, fix nochmal. Es kommt einfach hier. Mitte. Eben. Und hier habe ich die Tube gedrucken. Nee. Schau nicht in die Kultur hier. Irgendwann. Ich weiß nicht. Komm jetzt da. Hier heißt. Ich saug dir rein da. Ich sage, fix nochmal. Juhu. Haben 26.000 gekriegt. Bisschen coole für die hier. Ne? Äh. Also sag ich fix nochmal. Äh. Nehmen wir ihn hier noch. Na komm. Hauen wir noch den hier rum. Hauen wir noch den hier rum. Ne. Das wurde ich nicht. Hier noch ein bisschen Bäume rein. Wir brauchen hier noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen hier noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen hier noch mehr Plätze. Wir wollen hier noch wie es gemähen was. Ne. Aber diesen Spaß hier kann man ja später mal wegrollen. Ne. Jetzt das Modell verdienen. Ehh da! Du machst das. Ehh da! Du machst das. Ehh da! Wo hängst denn du? Ehh da! Da... Da... Na gut, hier ist er. Jetzt bei allen Respekt, Mensch. Dieser Baum ist ja stürig, so hat seine Frau. Ja, hab ich fix noch mal. Komm jetzt, stell dich noch zu einem Mensch. Geh, runter. Wie sagt er, noch mal runter mit dir. Los, ab, aus. Noch mal hier, wie es... Ja, komm. Ach nee, der Kerl hat doch keinen Scheiß. Na gut, unten anlaufen und ranne er damit. Im heißen Tage ein Cooler. Ne? Jetzt ranne er damit. Komm jetzt da. Mach dir aber hier mal langsam die Fliege. Geh. Und Tschüssi. Geh doch. Jetzt hab ich hier oben noch einen ab. Und da... Ist heute noch nicht genug. Ne, jetzt bleib mal hier. Hab ich noch kurz den hier ab. Wenn ich noch drüber so rein hab. Ey! Hä? Heute ist das da noch zum Feuerern. Hä? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020